die 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 der selbe Song noch mal das Lied geht nicht aus den Ohren Türen zu ansonsten ist das Level nicht zu klein alle neuen sind wohlbehalten zurück und sie scheinen endlich begriffen zu haben was eine Falle ist also war das ganz sicher für irgendwas gut Akbar wäre stolz auf das was sie gelernt haben und auf euch und euren Einsatz für den Widerstand ich bin sicher er wird immer mit euch sein wenn ihr ihn braucht genau der Charakter von dem ich denke dass er zum Widerstand gehört so Crate, Crate Weltraum, Mein Relog fangen wir auf der Widerstandsbasis auf den Kütter ach Gott und natürlich wird der Koffe und kein Pilot oh sie machen aber das Widerstand zu aber trotzdem noch als der Koffe und der Koffe ist das du bist einer der nidox Ja. Ja. Ach, ist es. Zum nächsten. Das war ein bisschen daneben. Das war ja nicht mehr die Richtung, wo ich gezielt habe. Zwei von drei, äh fünf. Ich sollte die gleichzeitig abziehen, subtrahieren und, äh, berechnen. Oder so. Nehmen wir den da vorne, der ist näher dran. Ja. 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 Es geht doch nichts über ein schönes Lichtschirm. Oh, oh, aus der Luft zu. bereitet nur noch überdrehen aber er war ich schon aber gut danke spiel Hier sollten noch zwei Stück rumflattern. Muss ich dafür vielleicht da noch rein? Habt ihr hier irgendwo einen Docks? Kann ich davon einen haben? Nein, habt ihr nicht? Ja gut, dann geh ich halt wieder. Es gibt hier keine Minox mehr. Ich sehe zumindest keine. Warum willst du mich hier hinlotsen spielen? Das ist genauso wie die andere Quest. Vier von fünf gesammelt. Keiner mehr da. Wombraten sind nicht zu sehen. Aber du musst sie hier suchen. Da schreit zumindest irgendwas. Es gibt gerade keine Minox hier. Ich kann sie nicht sammeln, wenn sie nicht da sind. Gott. Hat keiner denn, wie hat sie diese Quest jemals gemacht? Da ist einer. Für ein Fliegelfieh bist du schon ziemlich stationär. Geht doch. von ungefähr 50. Saja. 4 von 5 ich kann auch nur die Weiler, nein ok So, einsammeln bitte. Nein, ich darf da nicht automatisch springen, das ist so schade. Dann fliegen wir da hin. Und gibt's Piraten? Irgendwas? Würde mich nicht wundern. Oh, was hat er denn? Oh, was hat er denn? Er war da eine gute Hilfe, aber nur ein Schurkel kann diese Fracht für mich schmuggeln. Ihr scheint dafür nicht geeignet zu sein. Dann brauchen wir einen Schurkel. Ich glaube, du kriegst den Besten. Also, machen wir das jetzt, oder was? Sind sie das? Die Kids sind die schleimig. Ja, die sind widerlich genug. Damit zum nächsten Teil meines Plans. Ihr müsst diese Minox zu einem bestimmten Schiff der ersten Ordnung liefern. Ihr versteht, warum ich das nicht selber tun kann. Es darf keine Spur zu mir führen, ja? Ich habe dem Schiff eine bevorstehende Lieferung gemeldet. Aber ihr müsst wissen, dass unsere Patrolchen erst schießen und dann fragen. Also, seid auf der Hut. Okay. Jetzt kommen die drei unter den Bechen holen. Die Leute, 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 die Leute. Ich werde mich noch nicht tun. Ja, ich werde das mal sagen. Ich werde einen Schiff. Das tut mir vor. Ich bin getroffen. Ich bin getroffen. Oh, du warst schon tot. Ich wusste es noch nicht. Jetzt wurde er abgeschlossen. Auf zur nächsten. Mach doch jemand den Alarm aus, bitte. Nein, da kann ich die Mission nicht abschließen. Kann ich leider nicht machen. Ich bin raus. Ja, und sowas wird raus. Ich bin raus. Ja, wenn du dich der Ladung näherst, lehrst du dich dann auch mir und damit bist du tot. Ich bin getroffen. Sagt er, nachdem er die Ladung gestoßen ist. Läuft. Jetzt wurde er abgeschlossen. Aber was hat bitte Weltraumkampen mit Schmuggeln zu tun? Ich verstehe es nicht. Warum musst du würdig ein Schmuggler sein? Ich bin raus. Ich bin getroffen. Raketen sind auch nur was für Leute, die zuvor sind zum Schießen. Ich bin raus. Ich bin raus. Hallo. Lieber Raumsprung. Und auf nach Jacko. Ja, wo seid ihr denn da rum? Nein, ich will nicht in die Raumschlacht. Lass mich weiter fliegen. Ich liebe Lieferungen. Ich wette, Captain Peavy bekommt nie eine Trottel. Gute Arbeit. Ich empfehle, den Kommunikationskanal offen zu lassen für das, was jetzt kommt. Endlich Feierabend. Mal sehen, was in dem Paket ist. Oh, es kommt von Mama. Was? Nein. Oh, nein. Warum Mama? Mein Ops, wie geht's? So glitschig und so viele. Sir, ist alles in Ordnung? Ah, mein Gesicht. Hilfe! Immer wieder ein Spaß. Danke für eure Hilfe. Aber jetzt rate ich euch, das Weite zu suchen, solange sie noch mit dem Chaos beschäftigt sind. Mhm. Mein Meinung. So, wo waren wir dran? Okay, das hatten wir. Dagobah Weltraum, Rebellen in Not. Gut. Und dahin. Wie wir sehen, wir macht jetzt einen nach dem anderen. Also von daher. Irgendwann sind wir damit durch. Okay. Ich schütze die Rebellen. Ich schütze die Rebellen. Ich schütze die Rebellen vor der Rebellen. Wenn es so weiter geht, dann... Hey! Du kennst etwas seitwärtsfreund? Du darfst nicht aufhören zu drinnen. Du darfst sofort auf damit. Ja. Ach, hier bin ich gut. Na dann. Würde ich die einfach mal stillhalten. Das sind so viele andere Gegner in der Nähe. Ich weiß mal gar nicht, wer was ist. So. Dann soll das halt irgendwo einer sein. Und der schreibt wohl hinter mir zusammen. Oh nein, das ist nur toll. Jetzt ist noch zwei. Und das war's. Nehmt Kontakt mit dem Rebellenschiff auf. Danke für die Hilfe. Wir sollten uns tollen, bevor noch mehr von Ihnen... Hab ich was von Rollen gehört? Oh, der macht mich wahnsinnig. Wenn ich jetzt nicht wirklich eine bestimmte Bedingung für diesen Preis erfüllt habe, bekommt ihr einen weiteren. Und zwar einen Echtpreis. Und jetzt muss ich meinen Enthusiasmus warten lassen. Rebellenhut. So, Dagobah durch Endor. Sammeln, Mosbis, Espa. Rückenstein, Portrinder-Teile. Und auf der E... Wenn er nicht jagt, wenn er nicht jagt, wenn er nicht jagt, auf der E-Box. Ich hab keine Ahnung. Blumenboote. So. So. So.